Der erste Elefant, der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte und die Zugabe. Man übersetzt es nicht ungestraft. Von Anfang an ist es jetzt nicht klar, das wichtigste Merkmal des Menschen ist sein Bedürfnis nach Freiheit. Bevor die Deutschen kamen und bevor der Ring vom Kiew geschlossen war, hatte meine Mutter mir gesagt, Du kannst gehen, ich gehe nicht. Du musst es nicht heißen, besitzen musst. Besaßen. Nein, das kann er nicht. Natürlich. Hier heißt es eindeutig, cipir jes. Dann doch wenigstens der Konjunktiv besäßen. Ich kapituliere. Warum übersetzen die Menschen? Das ist die Sehnsin nach etwas, was sich immer wieder entzieht. Nach dem unerreichten Original. Was ist das? Bis zum nächsten Mal.